Hallo ihr Lieben, heute machen wir zusammen meinen heiß geliebten Breakfast-Berate, den ich ja gerne im Homeoffice esse. Die Zutaten und das Rezept findet ihr oben rechts unter den drei Punkten in der Beschreibung. Als erstes nehmt ihr euch euren Vollkorn-Wrap und bestreicht den dünn mit einer Schicht Sambal-Olek. Wenn ihr es nicht so scharf mögt, dann könnt ihr das auch einfach weglassen und gebt so drei, vier Reihen Kräuter-Romoulade in die Mitte vom Wrap. Als nächstes schlagt ihr drei Eier in ein hohes Gefäß, fügt einen halben Teelöffel Rühreigewürz dazu und ungefähr eine Messerspitze Curry. Da könnt ihr ganz normales Currypulver nehmen oder das hier von Just Spices. Erhitzt jetzt parallel schon mal die Pfanne mit ungefähr einem gestrichenen Teelöffel Kokosöl und verquirlt dann das Rührei. Bratet das Rührei schön fluffig an, gebt es dann wieder auf den Wrap-Hinsel, zusammenfalten und genießen. Lasst ihn euch schmecken, Bonne Bitti!